Kuhn-Dörfer aus Erster Dörfer 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 aus Ich habe jetzt schon Bodywork Damage Ich habe mir auch gesagt, ja Light Arrow Damage Warum fährt denn der so arg zu? Wir fahren zwei Runden Ja, als ob Flip jetzt in sein darf, da sehe ich nicht ein Ich glaube, wir werden nochmal invertieren Ich habe jetzt schon mal die Box Safety Cay in the Slap, rumgerade links oder rechts Ja, lang geh runter Nee, du musst links Viel Erfolg Ja, viel Erfolg Nach dem Gang gestartet war, am ersten und zweiten? Am ersten Aber nur ganz kurz Ja, wann darf man denn? Wenn ein Green Green Ring kommt Erster ist aber niedrig, ja? Ja, ich weiß Machen wir so ein Short-Shot ging vielleicht Oh Frank, höll ich mich auf Oh, ich hab jetzt nicht mehr gesehen, wo ihr wart Wenn wir mal sehen, dass Flip jetzt nicht mehr ist Ich hab den leider direkt verloren, weil Frank mir absolut Zug macht Ich hab die Lippe neben mir, ich kann nicht so fahren, wie ich würde Ja, ich hab's nicht mehr weg 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 Ich hab's nicht mehr weg, weil ich, wenn ich in bin, nicht die Kurve vollfahren will Weil ich, wenn ich in bin, nicht die Kurve gar vollfahren will, weil ich den neben mir nicht ausdreckt will Und da von tun Der Rote aus der Boxer, wo kam der her? Mh, wahrscheinlich Boxer Naja, nee, das ist Noah, der war glaub ich jetzt auch ziemlich weit vorne Ja, okay, na egal Konzentrieren, Hannes Einfach kaputt bleiben Ja Ich muss auf jeden Fall jetzt schon lupfen Wegen Dirty Air Angst Noah hinter mir Ich hab gleich schon den ersten Überrunden ankommen Jetzt schon nach innen rein Der mich raushaut, ey Ich komm nicht hinterher, ne? Ja, Dirty Air ist ziemlich scheiße Ich komm nicht hinterher, ne? Ja, Dirty Air ist ziemlich scheiße Ich hab genau mit dem richtigen Abstand zu dir Ich hab genau mit dem richtigen Abstand zu dir Da gehen auch irgendwie so ein bisschen Oh, Marloher ist schon raus Oh, Marloher ist schon raus Oh, der liegt auch schon voll Flügel zurück Als die Kurve Ja, der liegt auch alles voll Oh, Noah Neblinger hat sie draußen Draußen Draußen, 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 Draußen Ich hab noch 26 Das war ich noch vor 26 Jahren noch nicht Ich bin relativ sicher, dass da... Ja, wobei... Ja, ich will da nicht im Feld festhängen jetzt grad Ja, das stimmt Ähm, ich hab immer noch 26 Jahre noch Ja, ich auch Ich hab's gewusst Ich hatte so Angst vor Noah, dass der... Wo kam der plötzlich so schnell her? Keine Ahnung, Alter Ich hab den Start übel verkackt Ja Ja, aber der kam noch auf der Gegengrad Nach drei Runden erst an allen vorbei An Philipp Und an dir Ich dachte, er wäre aus der Box gekommen Also... Nö... Also ich hab jetzt auch schon Äh... Vorne rechts 74% Was? Ich hab 82% Hab ich auch? Oh, gut, ja Gut, hier ist er im Traffic, ne? Ja... Hab ich aber auch Ja... Alles runter auf 71 70% Hier runter... 90% Picks open von... Wittler Carsten Ja, ohne Setup ist gut Oh, das war zu spät, Flippo Der ist von außen noch nach innen Darf man das? Über die gelbe? Hm, weiß ich nicht Haben wir vorher gesagt, da muss ich vor der gelben Linie einordnen Eigentlich ja, gell? Naja, der muss jetzt halt komplett durchs Feld durch Das wird ihm, glaub ich, nicht helfen Da wird er jetzt... Warum geht der denn nicht raus hier auf seinem scheiß Auto? Naja, er kriegt's wahrscheinlich angesagt Wann Mach den, äh... Mach den, äh... Wenn du ihn nicht unten hast Wird er komplett unter Frank Ja, unten Also ich stell nix Ja, okay Ne, sag's nur weil Ansonsten... Äh... Hast du wahrscheinlich direkt übersteuern Und darf gegen... Komm da recht gut mit klar, wenn der unten ist Auch äh... Das ist der letzten Tor Wenn es nachher ein bisschen rausschiebt Dann tue ich lieber vom Gas gehen Als das runterstellen Das bringt mir... Pits open for lap down cars Ich weiß den lap down jetzt da Kann... Ist nun noch niemand lap down, oder? Weiß nicht, glaub ich ist doch einer reingegangen Beim Start schon Achso, ja stimmt Ja, der Haas, ne? Der eine Merk man dann, weil der andere ist vor mir Er hat kein Set abgeladen Na, super Wer? Ich hab den Strieg gesagt Wer hat Bergmann? Ein Simi Kaufmann Achso, ah Hab ich jetzt hinter mir Hannes und wer ist das andere? Bergi oder wer ist das hier? Oder Bergmann? Frank darf's ausschließen, ne? Neben dir oder hinter dir? Ja, rechts, rechts neben mir Ich bitte wieder hochstellen, falls du es so mitgestellt habt Ich bitte wieder hochstellen, falls du es so mitgestellt habt Frank, gib Gas Frank, gib Gas Jetzt könnte ich schneller Aber jetzt geht die Lippe nach hinten Da ist die Lippe schon wieder und der ist schon wieder hinter uns Der ist schon wieder hinter uns Der Lippe kommt schon durch Ich habe keine Chance gegen Klipp und mit 9-3 Ich habe keine Chance gegen Klipp und mit 9-3 Ja, du musst schon irgendwie auf der Linie bleiben Nicht nach unten Und das glaube ich nix, bei dir hoffentlich auch nicht Und das macht so noch keinen Spaß Nach unten Aber dann ist das Ja, das war nichts Ich habe keine Chance gegen Klipp 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 Ach fragt mich Ja, was tanke ich rein jedes Mal? Nicht voll, oder? Nein, ich muss halt gucken, was die Leifen mehr geben kann ich das nicht sagen. Das hat ein schnelles Auto und die Reifen am Auge holfen. Ich habe jetzt ein 19.3, das war ganz schön. Ich habe jetzt ein 19.3. Ich habe jetzt ein 19.3. Ich habe jetzt ein 19.3. So Bad Ren Inst сказать Nun ist die Beine am Fahren mit Gelb-Basenний direkt. Ähm Sek VP Aber glücklich ist der zweite jetzt gerade. Naja, Leckmann ist in der Box gegangen. Okay. Alter, mein Lenkrad vibriert sooo, Junge. Ja, fängt jetzt an. Wie weit darf ich denn den Match drehen, wofür es nicht aufhören soll dann? Maximal 150, wenn er kommt. Wie weit würde ich nicht gehen. Aber probier erstmal 100, wenn du von 50 hoch gehst, geh erstmal auf 100. Ja, hab ich. Und schau, wo es geht. Ne, ich verliere es in der ersten Kurve fast. Es wird runter. Es ist aber auch so, dass die vor der Reifengrad mehr halten als normal. Okay, stop request this. All right. All right, side's clear. All right. All right, side's clear. All right. So, let's hit again. It's there. One, four. Expect traffic when you come out. You should come out into position. Set just in front of. Back, man. Weapon one. Identity work. And proof is ready. Weiter, geht schon in der Box frei wieder? Ne, das hat direkt schon immer mehr drin. Oh, ne, da hab ich wohl mit dir. Ich hab den blauen Arsch gesehen. Noch 10 Liter hier auch, ne? Ja. Ich bin noch 12% rechts. Ich glaube, geht in den National. Soll ich runterfahren? Vielleicht fahr ich runter. Ich bin sicher, dass ich keinen Daten kriege. Ja. Was fahrt ihr denn vorne gerade? Ich bin gerade eine halbe Sekunde langsamer. Auf Levy kann ich, glaube ich, schneller gerade noch. Fahre uns in Acht jetzt zu. So, gleich in die Box. Warte nach Box. Fahre uns auch, schon sprach ich noch in die Wand. Fahre bei der Box raus, das ist ein scheiß Auto. Ja, jetzt fahre ich noch in die Box. Nein, jetzt bin ich nicht weitergefahren. Facken, fahre ich in die Box. losgegültere B´s! Fahre dauert, ich werde jetzt noch nicht mehr. Fähre, ich werde dir nicht mehr. Fahre, ich werde noch nicht mehr. Das ist ein scheiß Auto. Oh, ist ja schön, ne neuen Reifen. Oh, uffs, da ganz hinten, hier am Arsch. Temps früh genug, ich bin dran vorbeigeruht, ich muss jetzt rücksetzen. Ja, hab ich. Ja, hab ich. Ich hatte 20 Sekunden auf Beckmann verloren, was ist das denn? Ja, ja, in der Box, aber... Mark macht keine Scheiße. Mach du mal schneller, ich kann schneller. Ja, ich geb schon Gas ohne Ende. Dann lass mich durch. Nee. Komm, ich lass dich jetzt zurück, wenn du schneller bist, aber... Ja, dann muss ich ja jetzt abbremsen, das ist doch blödsinn. Dann überhol ich dich, ist auch egal. Ja, dann überhol mich. Beteiligen werde ich mich nicht, aber ich geh jetzt nicht vom Gas. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab mich grad zu aufgehalten. Nein, das... Ja, frag doch, ob ich aufpassen, aber du hast gehalten, ne? Er kommt runter. Ja, aufpassen, wenn da groß alles frei ist, dann kann ich fahren. Oh Gott, jetzt fahren Sie wieder mal einen Grad. Das kann jetzt hoch gehen, aber auf der Runde geht das nicht. Ja. Oh Gott, ich hab' mit grad der erste, das letzte vierste ist aber der Runde voraus, noll. Ja, die Corona Green. Äh, das Stoppter-Sonya. Auf dem letzten Sonya grad. Wie viele waren denn noch nicht in der Box? Ich muss den gleich überholen, weil ich so viel schneller bin. Erkannst du doch. Lass mich halt vorbei, du Döde! Danke. Ich habe mir gerade ein bisschen Zeit gekostet, weil ich mich zurückgeberundet habe und er mich nicht vorbeilassen wollte. Erkannst du doch? Klipp an der Box 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 Ja Kors Klipp an der Box 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 Klipp an der Box